So, ich mache Lützeburg, das ist eine Kampagne, die 2009 gegründet wurde von der Landwirtschaftskammer mit der finanziellen Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums. Ziel dieser Kampagne ist es, den Konsumenten als guter Lützeburger Produkte, respektive Produkte aus der Lützeburger Landwirtschaft, mich in Not zu bringen. An dem Sinne haben wir am Fungerreis So, ich mache Lützeburg, das ist halt ausgerichtet. Und zwar werden wir nur 25 Produzenten haben, die auch die Bio-Waltes, bei denen wir dann hauptsächlich von Haaren besuchen. Die werden hier Produkte fürstellen und natürlich auch zum Schmachel gehen. Dann hilft man aber auch Beruhtungsstellen mit ganz kompetenter Beruhtung sowohl zu der konventionellen Landwirtschaft wie auch zu der biologischen Landwirtschaft. Wir haben noch eine Bühne aus dem Teil, auf dem werden ganz viele Showprogramme stattfinden, so zum Beispiel Showcooking 2 Mulden Dach mit Sam Foster von der National-Equipe. Wir haben aber auch Podiumsdiskussionen in der gesamten Saison des Maiens oder der Bio-Agrarpreis wird auch bei so einer Bühne stattgefunden. Ihr seht, es geht mehr wie genug zu gucken und zu schmachen bei uns und ihr seid herzlich willkommen. Wir finden so, ich mache Letze, wo ich zahlt, aus seiner Wochenacht zahlt vom Produkte Terroir Letze, wo ja Röntfläsch-Label. Hier gibt es ganz verschiedene Ramm-Rasse-Viergestalt und der Konsument kriegt Informationen über das Label. Wir inviteren euch ganz herzlich das Türop Foire Agricole vom 3. Juni bis zum 2. Juli 2017. Das ist einfach das Problem, hierzu. Ich gehe jetzt nach dem Saison.